Musik Wenn ihr euren Stoff ausgesucht habt, dann schneiden wir den zu. Und wir brauchen so ein Rechteck mit den Maßen 20 cm x 15 cm. Dann legt ihr die kurzen Seiten zusammen. Und habe dann die Maße 15 cm x 10 cm. Und dann fangen wir an, wenn ihr wollt könnt ihr euch das stecken. Ich empfehle eigentlich hier unten eine Lücke zu lassen, das heißt wir nähen hier runter und hier hin und haben dann hier einen Spalt offen. Weil wir die Schleife nämlich, also wir wollen das Rechteck nach oben drehen, umstülpen. Ich habe jetzt einmal hier lang genäht und einmal hier. Jetzt lasse ich die Lücke und fange auf der anderen Seite an. So, dann haben wir jetzt einmal hier lang genäht und hier lang genäht und hier ist die Lücke. Wo wir den gleichen Stoff umdrehen werden, aber zuvor werden wir die Ecken einschneiden. Einmal so rund schneiden. Weil die Nahtzugabe dann zu dick ist sonst. Und die Spitzen nicht so ordentlich hier raus kommen. Einmal und das gleiche machen wir dann mit dem anderen auch. Das heißt, einmal komplett wenden. Lasst das Loch ein bisschen größer, dass es leichter geht. Also nicht zu kleines Loch lassen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Bleistift zur Hilfe nehmen. Wenn eure Finger da nicht mehr reinpassen. Und dann geht der schön in die Ecken da mit rein. So, dass wir dann einmal umgedreht haben und dieses Loch hier dann ganz nah an der Kante wieder zusammennähen. Ihr greift etwa 3 cm von der Mitte und schiebt den Stoff zusammen. Jetzt nehmt ihr eure Mittelfinger und schiebt den oberen Rand ran. Jetzt halten Mittelfinger und Daumen den Stoff in der Mitte zusammen. Jetzt kommen die Zeigefinger dort, wo die Daumen sind. Die Daumen sind frei. Und jetzt schiebt ihr den Stoff vom unteren Rand auch wieder hoch. Und jetzt noch schnell in die Mitte greifen und ihr habt die erste Form der Schleife. Die Naht hier unten, wo wir das Loch gelassen haben, wird später von dem Mittelstück hier verdeckt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt hier eine Stecknadel reinstecken, damit es festhält. So, jetzt kommt das Mittelstück und zwar muss es etwa 5 cm breit sein, also hier. Die Länge ist erstmal optional, besser länger als zu kurz. Man kann es dann immer noch verkürzen. Wir falten das einmal in Längs sozusagen aufeinander. Und jetzt kommt das Mal. 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 Ja, ich habe ihn wirklich gut geachtet. Und jetzt kommt das Mal. Vielen Dank.